Wann ist der Rentenzahltag für die Renten im Juli 2023? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir haben das ja nun schon beginnend ab Januar 2023 in Videos in loser Folge aufgezeigt, wann die entsprechenden Zahltage für Rentnerinnen und Rentner in den jeweiligen laufenden Monaten im Jahr 2023 sind. Wollen wir das so gut in Ordnung halber auch für den Juli 2023 kurz noch mal anreißen. Also der letzte Bankarbeitstag im Monat Juli ist der Montag, der 31.07.2023. Das heißt also, alle diejenigen, die nachschüssig ihre Rente bekommen, werden für den laufenden Monat Juli ihre Rente am 31.07.2023 ausgezahlt bekommen. Das heißt also, das Geld muss am 31.07.2023 auf ihrem Konto sein. Also mit Geld meine ich die Rentenleistung. Für alle diejenigen, die eine vorschüssige Rente bekommen, deren Rente also vor dem 1.04.2004 begonnen hat, die bekommen für den Monat August am 31.07.2023 die Rente schon gezahlt. So sieht es § 272a SGB VI vor. Da bitte mal nachlesen, dann können Sie das sehen, dass praktisch der Fälligkeitstag für den Monat August hier der 31.07.2023 ist. Das heißt also, im Grundsatz kann ich sagen, am 31.07.2023, das ist der Montag, ist der letzte Bankarbeitstag. Da sind die Renten für die nachschüssigen Rentnerinnen und Rentner, das dürfte die Masse aller Rentnerinnen und Rentner sein, fällig und zwar für den laufenden Monat Juli, für den Monat August, wenn es die sogenannten vorschüssigen Rentnerinnen und Rentner sind, dann auch am 31.07.2023. Das ist der Montag am 31.07.2023. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche und passen Sie bitte auf Ihre Kontoauszüge auf, bitte da nachschauen oder online am 31.07.2023 muss die Rentenkohle auf Ihrem Konto sein. Ciao, Rentenberater Knöppel!